Ey, du Assi! Erstens, klaust du meine Eier und zweitens, du hast hier mein Feld kaputt gemacht. Ist dir das bewusst? Ist dir das bewusst? Oh, Assi, du, ey. Hallo und herzlich willkommen zurück zu Minecraft! Minecraft. So, gut. Hab ich auch mal wieder mein R gerollt. Oder meins. Unser R. Ne, gut. Ich roll das R richtig gerne. So, und deswegen höre ich auch gerne Rammstein, weil der Till Lindemann das R so toll rollen kann. So, jetzt ist es raus. Ich höre gerne Rammstein, weil der Till Lindemann das R so toll rollen kann. Und weil ich die Sox-Texte, die Song-Texte teilweise gut finde. Eigentlich mag ich die Musik oder den Musikstil von denen persönlich jetzt überhaupt nicht quasi. Mir gefällt der nicht so gut. Sag ich mal, einige Lieder sind schon toll. Oder einige Passagen in einigen Liedern sind toll. Äh, aber im Großen und Ganzen kann man mir sagen, gefällt mir das jetzt nicht so gut wie, keine Ahnung, Blues-Bluzzers zum Beispiel, die ich sehr, sehr gerne höre von der Musik her. Aber ich mag es halt an Rammstein sehr gerne, dass die, ja, äh, deutsch singen. Dass er so toll rollen können. Und, ja, die Texte teilweise auch für mich erheiternd wirken. Und, ja, ihr wisst, ich bin da immer vielleicht etwas, etwas, ja, äh, anders gepolt als die meisten Menschen. Viele sagen immer, äh, boah, wie kann man denn so asozial sein? Dich muss doch betreffen, was andere Menschen, ja, ähm, ich sag mal, auch betrifft. Aber, äh, ganz ehrlich, da bin ich der Meinung, nee, die machen sozusagen ihr Ding und ich mach mein Ding. Also, keine Ahnung, wenn da jetzt irgendwo Amoklauf war, dann ist es eigentlich die, wenn ich in meinen Nachrichten gucke, das ist die Nachricht, in den Nachrichten, die ich, äh, als letztes hören möchte, weil mich, weil ich dann die Sendung abschalten kann. Da hat mich das nicht interessiert. Und ich möchte das nicht direkt als erstes gehört haben. Oder wenn ein Soldat in Afghanistan, das jetzt wieder passiert, umgebracht wurde, muss ich leider auch sagen, ist es die Nachricht, die ich als letztes hören möchte. Ich möchte persönlich lieber Sachen hören, die mich direkt am Anfang betreffen, mich selbst. Und, ja, da bin ich schon immer etwas komisch gepolt. Natürlich ist es jetzt, äh, nicht so, als ob ich mir denke, ja, guck mal, der liegt ja im Sterben. Dem helfe ich jetzt einfach mal nicht. So, Assi, bin ich dann doch nicht, aber ich sag mal so, ähm, was ist das denn hier? Ey, du Assi! Erstens, klaust du meine Eier, und zweitens, du hast hier mein Feld kaputt gemacht. Ist dir das bewusst? Ist dir das bewusst? Oh, Assi, du, ey. Mach dir hier mein Feld kaputt. Was ist das denn jetzt, bitte? Muss ich das demnächst noch reparieren. Nun ja, was wollte ich jetzt sagen? Hab ich vergessen. Schön, was? Ähm, ja. Also, wie gesagt, ich bin da teilweise etwas anders gepolt. Meine Religionslehrerin meint immer, ich wäre total asozial. Weil mich halt sowas nicht interessiert. Das muss mich eigentlich interessieren, wenn ich, äh, halbwegs ausgeprägten Menschenverstand hab, dann hab ich den halt wohl nicht. Ist mir auch ehrlich gesagt egal, weil, ja, es ist natürlich, ich behaupte nicht, dass es, äh, nicht traurig ist, aber mir ist es ehrlich gesagt egal. Für die Angehörigen ist es natürlich traurig. Verstehe ich auch, wenn die trauern. Aber, äh, das ist mir persönlich komplett egal. Hört sich jetzt hart an, ist leider so, weil es mich persönlich nicht betrifft und mich deswegen auch nicht interessiert. Zum Beispiel, äh, ich hör mir viel lieber, äh, an, wie der Aktienmarkt steht, weil der betrifft mich persönlich sehr, sehr stark. Nicht, weil ich, äh, irgendwie in Aktien spekuliert hab oder in Aktien investiert hab, sondern wenn dort irgendwie was passiert, wenn dort was platzt oder so, dann kann es einfach sein, dass ich, äh, oder dass unser, ja, Finanzsystem demnächst, äh, für den Arsch ist und ich möchte gerne weiterhin in dem wirtschaftlich starken Deutschland leben, so wie es jetzt ist, weil die Leute in Afrika, die, ja, die gehen mir eigentlich auch am Arsch vorbei, weil sie mich noch nicht betreffen, aber vom Prinzip her dann wieder auch nicht, weil sie zeigen mir, wie es ist, wenn unser Finanzsystem zusammenbricht, dann ist, sieht's da nämlich, äh, bei uns genauso aus wie bei denen und ja, das möchte ich dann halt doch wiederum nicht und deswegen hab ich dann, ähm, deswegen guck ich da lieber auf den Finanzmarkt anstatt auf irgendeinen Amokläufer, weil, ja, den Menschen kann nicht mehr geholfen werden und wenn die den einen dann da umbringen, ist ein Mensch mehr oder weniger, kommt für mich jetzt auch nicht drauf an, wir sind fast 8 Milliarden Menschen auf der Welt, ne, oder, weiß ich gar nicht, oder waren wir erst 7 Milliarden, naja, auf jeden Fall relativ viele und, ja, da kommt's ehrlich auf den einen Menschen mehr oder weniger nicht an und dann meinte meine Religionslehrerin mal so richtig heftig, ja, was ist denn, wenn du auf einmal stirbst und dann sag ich der so, ja, das ist mir dann auch egal, dann bin ich ja tot und die konnte das nicht fassen, dass ich mit dem Tod einfach so leichtfertig umgehe, nur weil ich gesagt hab, ist mir doch egal, ich bin dann ja tot, wenn ich tot bin, krieg ich doch nicht viel von mit, das fand ich so lustig, ne, ich, ich hab, ich hab richtig lachen müssen, weil ich das dumme Gesicht von der gesehen hab, nun ja, zuletzt nämlich auch in Ruhe, ich hab zum Glück auch eine neue Religionslehrerin, die unterrichtet wenigstens halbwegs vernünftig, und ja, da hat man auch noch das Gefühl, dass sie nicht irgendwie, äh, keine Ahnung, ja, wisst, was ich mein, einige Religionslehrer sind schon sehr komisch drauf, bei der hat man halt das Gefühl nicht, deswegen find ich die eigentlich ganz cool. Viele bei uns an der Schule mögen die nicht, weil die scheint sehr streng zu sein, hab ich jetzt noch nichts, äh, ja, von gemerkt, weil mir gibt's immer schön die zwei, solange das macht, ist auch gut, also, hm, und vom Unterricht her, find ich die eigentlich auch ganz nett, die, die macht jetzt nicht irgendwie schwere Anforderungen, oder, äh, sagt, nee, das hast du falsch gemacht, mach das nochmal, oder so, wie, wie, wie einige andere Lehrer bei mir in der Schule, deswegen, also, ich find meine Religionslehrerin super, super nett, haben halt viele dann nicht den Eindruck, aber okay, ist ja auch wieder, äh, subjektiv, ne, ich wollt grad objektiv sagen, aber das, äh, wäre falsch. So, warum ich jetzt hier Glasscheiben reinbaue, aus einem einfachen Grund, weil ich hab jetzt so lange Mittelalterkram gebaut, und jetzt hier auch nochmal mit dem Mittelalterkram anzufangen, also ich hab hier dann mein Dorf da hinten, das würde ich, denke ich, möchte ich einfach nicht, ich möchte hier was haben, äh, was Neuartiges haben, das hatte ich ja auch schon versucht, so in meiner, in meinem Loft da hinten, wieder zu spiegeln, mit einem kleinen Anbau dann da dran, dann dort in der Hühnerfarbe, ne, der Anbau, der, der ist eigentlich den, nur weil ich Cobblestone loswerden wollte, naja, und dem Haus da, das ist, hat auch ein neueres Design bekommen, ja, und der Turm hier, der soll jetzt nicht da so rausstechen, deswegen setze ich dem jetzt hier oben Glasscheiben ein, und ich werde dann demnächst auch nochmal von unten mit Treppen nachhelfen, dass der oben größer wird, also ein bisschen mehr Oberweite hat, quasi, ne, hier ist falsch, könnte man so sagen, ich hoffe, ihr könnt euch das einigermaßen gut vorstellen, was ich hier gerade bubble, so, ich hab wieder mal über meine Assi-Person gelabert, jetzt, jetzt, äh, haben mich bestimmt wieder 10 Leute die abonniert, das kenn ich, ne, aber, was ich letztens total lustig fand, ich, ich, ihr wisst ja, alle, ich finde Pete's Meet nicht toll, also, ich mag sie nicht, sag ich mal so, wie man Deutschlehrerin sagen würde, die sprechen mich nicht an, gut, naja, ich mag den Stil von denen nicht, ich, mir gefällt, das Kanal-Konzept ist vielleicht ganz nett, aber so wirklich gut gefallen tut's mir auch nicht, vor allen Dingen, wenn man mal so nebenbei reinschaut, man weiß für mich jetzt quasi nie, wer da ist, deswegen mussten sie auch unten die Anmerkungen hinzufügen, glaub ich, meine Fresse, scheiß Skelett, ey, toll, nur wegen dem scheiß Skelett, weil's mich zurückgeschossen hat, ey, so ne Scheiße, jetzt ist hier wieder so ein riesen Erdloch drin, ey, toll, naja, ähm, so, wenn ich, äh, persönlich da reingucke, weiß gar nicht, haben sie die Anmerkungen noch unten drunter, ich hab da jetzt schon ewig nicht mal reingeguckt, aber wenn ich das tue, dann, ähm, und mir diese Anmerkungen nicht ansehe, dann weiß ich nicht, wer, wer ist, oder wer da labert, und auch wenn du dann steht, äh, keine Ahnung, äh, wen gibt's denn da, Dennis und, äh, Peter, ja, komm, fick dich, du scheiß Creeper, fick dich einfach, ich möchte hier, wisst ihr was, ich mach jetzt auf Peaceful, damit die scheiß Mobs hier weg sind und ich das Loch stopfen kann, das hat doch sonst so keinen Wert, ja, was wollte ich jetzt sagen, genau, also mir gefällt, gefällt das halt nicht, weil ich persönlich daran nicht so durchblicke, weil ich die halt nicht kenne, die sind auch auf keinen anderen Kanälen vertreten, heißt auch andere Togeathers oder so, oder doch, aber relativ wenig und ich kann sie halt schwer auseinanderhalten, deswegen finde ich Togeathers mit mehr als zwei Leuten teilweise relativ unübersichtlich und deswegen, sag ich mal, gefällt mir das Kanalkonzept von dem teilweise nicht, ich find's gut, dass das mehrere Leute sind und deswegen auch immer Togeathers haben, aber nun ja, hm, wisst ihr halt, mir gefällt das Kanalkonzept, äh, Konzept halt nicht so gut, der Kommentarstil von einigen dort gefällt mir quasi gar nicht und, ähm, ja, auch die Spiele, die sie derzeit so spielen, ja, also als ich letztes Mal mal vorbeigeguckt hab, haben mich davon nicht so viele angesprochen und was ich halt relativ doof finde, ist, äh, der Überoutput, den sie haben, dadurch wird mir persönlich die Startseite verklumpt, ich mein, ich hab jetzt, ich glaub irgendwas mit 130 Abos, also ich hab 130 Leute abonniert und wenn die mir dann da wirklich, äh, pro Tag 10 Videos raushauen und ich dann noch von anderen, sag mal, ungefähr 100 Leuten, weil ich fast nur Let's Player abonniert hab, äh, weil ich dann von anderen Hunden als Player pro Tag dann auch noch ein Video bekommen, ist meine Startseite schnell mal voll und, äh, Pete Smith ist eigentlich fast immer vorne betreten oder vertreten, weil sie halt relativ groß sind und YouTube das dann eher anzeigt als die anderen, wir kennen ja unsere Startseite und deswegen hab ich sie auch nicht abonniert, äh, genauso wenig wie den guten Gronkh, weil dem sein wie es guck ich wieso nicht mehr und ich hatte ja schon mal gesagt, Gronkh hat nicht so sonderlich prozentual aktive Abonnenten, ich jetzt auch nicht, aber, hm, ja, bei seiner Größe finde ich eigentlich, hätten das schon mehr sein können und, ja, ja, wisst ihr was, das lass ich einfach so, äh, ist mir jetzt zu viel Arbeit da noch mit den Treppen unten rund zu machen, so wie ich das eigentlich vorhatte, aber nun ja, ähm, ja, was wollte ich jetzt sagen, ja genau, gefallen mir halt nicht so gut und, ja, das war halt eigentlich das, was ich jetzt sagen wollte, nee, nee, gar nicht, genau, äh, da hat sich letztens einer entschuldigt, weil er mir gesagt hat, nee, finde ich nicht so, ich finde das viel, ich finde, äh, Pete Smith viel besser und die sind die geilsten Netzplayer überhaupt, der hat sich letztens bei mir entschuldigt, dass er anderer Meinung war, ich meine, das ist doch okay, wäre doch sonst langweilig, die Welt, wenn nicht jeder der, oder wenn jeder derselben Meinung wäre, ich fand das gut, dass sie einen Spruch gelegt hat, weil ich da mal die andere Seite sehe, weil, äh, ja, quasi bei mir in der Klasse, oder von meinen Kumpels besser gesagt, keiner Pete Smith wirklich gerne mag, außer einer und, äh, der guckt die auch nur ab und zu, der guckt viel lieber Gronkh, hm, also, fand ich toll, dass ich da mal die andere Seite gesehen habe, aber trotz dieser anderen Sichtweise, ist ja oft bei mir so, dass ich durch eine andere Sichtweise auch eine andere Denkensweise bekomme, hat sich mein Denken über Pete Smith jetzt, äh, persönlich nicht geändert und ich kann jetzt immer noch behaupten, da ich jetzt auch die Gegenseite kenne, nö, mir gefallen die nicht, ich gucke lieber, keine Ahnung, Nihos an LPM, der Spiel für mich wesentlich attraktivere Spiele, hat einen besseren Kommentarstil und, ja, es bämt mir die Seite nicht zu, weil ich finde, demseine Videos sind, ich nenn es mal, äh, demseine, genau, deren, ihre Videos, also die Videos von Pete Smith, die bringen zwar viel, dafür, ähm, qualitativ nicht so hochwertige Sachen wie andere Leute, zum Beispiel der gute Gronkh, der hat da wirklich sehr, sehr viel Arbeit mit dem Enkodieren und Pete Smith, denke ich mir einfach so, weißt du, die nehmen Power Director oder sowas oder Camtasia zum Rendern, ist ja jetzt kein schlechtes Programm, aber es geht halt wesentlich besser, so wie es der Gronkh halt macht und, ähm, ja, da ist halt die Qualität relativ hoch, er haut dann nicht so viele Videos raus wie Pete Smith, zwar schon relativ viele, aber nicht ganz so viele und Tudy Pie auch, der steckt da sau viel Schneid- und Enkodierarbeit rein in seinen Videos, sobald er irgendeine Szene drei Mal, äh, zwei oder dreimal spielen muss, schneidet er das hier raus und cuttet das dann so, die besten Stellen zusammen, als wenn er zwei Stunden Aufnahmen-Session hat, hat er dann vielleicht eine Stunde da rausbekommen, oder sogar mehr natürlich, wenn er gut ist, aber oft, äh, ist es auch doch nur so, und deswegen, ja, für mich macht Pete Smith, ist Pete Smith so, 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 das, äh, China der, der Let's-Player-Szene, die, die produzieren, die haben, die machen Fließbandarbeit und das in nicht so hoher Qualität, kann man so nennen, kann man so nennen, während dann, eigentlich, ich nenne jetzt mal ein größeres Beispiel Gronkh oder auch KudenLP, der steckt sehr viel Enkodier- und Hochladearbeit rein, mehr als man vielleicht glaubt bei seiner Größe, ich, äh, steck jetzt relativ viel Hochladezeit, Renderzeit hab ich bei mir so gestellt, dass das minimiert ist, ich hab da perfekte Lösung gefunden, aber relativ viel Hochladezeit, auch noch Nachbearbeitung mit Stimme und sowas, steck ich da auch rein, nur um das mal, äh, sagen, nicht, dass ich hier jetzt auch so als Fließband-Let's-Player abgestempelt werde, nun ja, ähm, gut, da steckt ja sehr viel Enkodierarbeit rein, wirklich, der Renner für ein Video teilweise 45 Minuten, lädt das dann die ganze Nacht hoch, nur damit ihr am nächsten Tag Landwirtschafts-Simulator gucken könnt, ihr wisst nämlich gar nicht, wie groß Landwirtschafts-Simulator wird, und, äh, ja, hm, Pete Smith ist dann für mich wirklich so das komplette Gegenteil dazu, ich mein, die machen auch gute Qualität, ich sag jetzt nicht, dass das irgendwie unter aller Sau wär, aber es gibt halt deutlich Besseres, ja, und sowas ist dann halt quasi der deutsche Manufakturbetrieb, während Pete Smith die chinesische Fließbandproduktion für mich da spiegelt, kann jetzt jeder sehen, wie er will, hm, ich seh's halt so, und gut, das ist jetzt eine subjektive Meinung, heißt, mir kann niemand vorschreiben, ähm, dass das falsch ist, bei einer objektiven Meinung kann man das schon, das ist ein Unterschied, oder kann man das bei einer objektiven Meinung, ich glaube ja, aber nun, ist auch egal, ich würde mich trotzdem über eine positive Bewertung freuen, und einen Kommentar, und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder, tschüss!